Also so wichtig finde ich die Zahl gar nicht. Ich schon. Ich finde es viel wichtiger, dass die Leute extrem viel Spaß haben, extrem begeistert sind und vor allem extrem feiern. Also ich bin wirklich beeindruckt und hätte ich einen Hut auf, dann würde ich meinen Hut ziehen, weil es echt unglaublich ist. Die Leute waren so früh schon da, um drei Uhr nachmittags statt, die ersten vor der Tür. Wir haben um halb acht die Tür aufgemacht und es kamen so viele Leute in so, glaube ich, schneller Zeit. Also es war sehr schnell voll und wenn man jetzt durch die Hallen geht, wir haben es gleich halb fünf, wir haben es jetzt halb fünf. Es ist immer noch fast genauso voll und die Leute sind immer noch voll dabei am Feiern. Also es ist wirklich, ja, fantastisch großartig. Jetzt hören wir gerade im Hintergrund das Intro von Engerfist, also hier ist auch noch ein bisschen was am Start. Und ja, es sind wie im letzten Jahr 20.000 Ambassadors in Harder Styles hier und ja, feiern wirklich sehr beeindruckend. Es macht einen Riesen-Spaß, hier durch die Halle zu gehen und die Leute zu sehen. Es ist echt toll. Ich meine, habt ihr auch geschickt gemacht. Ihr habt ja wirklich ein Hammer direkt nach dem anderen. Also schon am Anfang, ich sage nur Corsakov, die hat ja schon um 23 Uhr gespielt, aber ihr habt zum Beispiel auch noch Demar, die spielt von 5 bis 6 Uhr. Nosferatu spielt von 6 bis 7 Uhr. Also habt ihr schon geschickt gemacht? Ja, was heißt geschickt gemacht? Also es sind natürlich eben viele tolle Acts und irgendwie muss man sie ja auf die Zeit verteilen. Ja, also das heißt, dann ist der eine mal ein bisschen früher und der andere mal was später. Also Engerfist jetzt um 4.30 Uhr ist auch relativ spät. Also wir hatten sonst immer auch ein bisschen früher, aber so ist es dann einfach und die Leute finden es super. Sie waren früh da, bleiben lange. Eben bei so vielen tollen Artists muss das dann einfach so sein. Gut, die nächste harte Party steht ja dann auch schon wieder an, die Toxicator. Genau, Toxicator in Mannheim im Dezember steht auch schon quasi vor der Tür. Da geht es dann weiter, aber jetzt genießen wir erstmal die Nacht in Dortmund. Auf jeden Fall, Impressionen des heutigen Abends findet man wo? Auf syndicate-festival.de, bei sunshonlive.de denke ich auch, oder? Und ja, ansonsten, ihr übertragt da jetzt noch Engerfist komplett und dann einfach mal ins Netz schauen, die jetzt nicht hier waren. Es gibt ja auch dann ein paar Videos nächste Woche und so und dann spätestens nächstes Jahr auf jeden Fall herkommen. Das ist genau das richtige Wort. Olli, dann danke ich dir und noch eine schöne Feier und wir trinken jetzt noch ein Wasser zusammen, ne? Ja, machen wir. Dir auch. Alles Beste, alles Gute und ich denke, du gehst dann nach 5 noch ein bisschen Hacken auf den Floor hier, ne? Und dann trinkst du auch mal noch ein Bier. Nee, ich spät mein Wasser heute. Okay, alles klar. Das glaubt ihr mir jetzt, oder? Keinen Fall. Genau, und hier geht es jetzt auch weiter mit Engerfist bis 5 Uhr. Die Idee ist, dass dieses Weltkrieg ist, die Frieden und Flurrischung von allen Individuellen in es. Die Individuellen ist es. Es ist die Einheit, solitär Mensch, die es ist. Es ist jeder von euch aus dem Weg, das ist es. Denn es ist kein Land mehr von independenten Menschen. Der ganze Welt ist ein Mensch, die Produkte, die Programm-Nummede sind. Der ganze Welt ist ein Mensch, die Menschen, die Menschen, die Menschen, aber nicht. Also, ihr hört mich an. Listen to mich an. Yes, we say fuck there, corruption all around in the world. Democracy doesn't exist anymore. Put up your middle finger. Fuck the corruption. Yes. What are you in here? Alright. This is Angus' life. Hold your fucking feet in this world. One of my generation that never knew anything. Yes. Get your body, bones, eat it. Get your body, bones, and turn it into a cold jam. Yes. Let go. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Make a whole story, you know what you can. Oh, 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 oh. Let go of the heat. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. My Lord has one. Sure. We've gotona premiere. Das war's für heute. Das war's für heute. Is dead. Is dead. 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 Yeah. There will be no more light. Mankind is lost. Everybody else. Sit on the floor. It counts like an owned Заand. Das ist eine große Herausforderung. Sie haben eine große Herausforderung. I took you out the fucking house! Yes, we can work straight to now with this shit! Okay, come on! You are mad! Come on, boy, if you go! I thought you were right! I thought you were right! Don't fuck with me! Nobody can touch you now! Come on! Oh, fuck! All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no money. Do you understand? Yeah! You'll end with your supers! They can't fuck with us, Mark! It's where they'll fucking off the apartheid! Yes! You need the fool who dissed the mastermind of breaking shit! Now let me take you some piss! All right! I wanna see security! Throw your ass up, everybody! You are a bunch of fucking ass! You know why? You don't have that guts! Looting what you want! Looting what you want! You ain't killing me now! You can't make me the punter right! You can't make me the punter right! Till that's funny, cow! Wind it up now! Wind it up now! Wind it up now, man! Benny King! I told you, mate! I told you, don't fuck with me! Yes, yes! Don't fuck with me! Yes! They can't fuck without you, man! Yes! Get there! Yes! Wow! Oh, yeah! Yeah! Step on the other side! Come on, that's good! You gotta hold it! Alternate fury! Get the fuck down! Get the fuck down! Get the fuck down! Get the fuck down! Yeah! What are you with me? He's a tight ass! He's a sadist! He's an absentee landlord! He's laughing as sick! Fuck it! All right, Germany! He's got to get this party started right! This is Angerfield, stop the rules! FC Boats having a microphone! We're gonna rock this shit down! Tear the rules off! Step in! Yes! Wow! How's it going? Yes! Step on up, son! Come on, let's do it! You gotta hold it! Let's do it! Get the fuck down! Get your fuck down! Get your fuck down! Ja! Ja! Miss Gate in Angerfest! Feel this shit! So, Marco, for your mind! No! No! Power! That making a choice has. You know, rather than feeling like you're at effect to all the things that are happening. Make a choice. Just decide what it's gonna be, who you're gonna be, how you're gonna do it. Just decide. And then from that point, the universe is gonna get out of the way. genetic disorder for myself, a enzymeativism Allah! This multi-f demonstrates Let me hear your screams! Yeah! Wanna come united? Wanna come united? Shut the fuck up! Execute! 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 BODY INSULT! SHIRT! The devil possessed? The devil possessed. The spirit of the devil inhabits a dead man. And when a man is devil possessed, he doesn't know he is dead. He just kills young women and devour them. A lie of the world is the only thing that should prevent him from rotting. SHUT THE FUCK UP AND DIE! SHUT THE FUCK UP AND DIE! SHUT THE FUCK UP AND DIE! OH CHEF! See you motherfucking king! SHUT THE FUCK UP AND DIE! NO DISEMUITING! GET DOWN WITH THIS ONE! SHUT THE FUCK UP AND DIE! 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 und bereit für die Rehabilitation! Ich bin der Kionel! 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 controlabile düşün,.... профelят und bereit für die Rehabilitation! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So I'm turning on, you are the same. We love to party. So you're not gonna catch your party. We love to party. We love to party. Alright. Rade goes down. We're gonna keep it up. I hope you can handle this here. So do a horse for her. Show me your face. I hope you can handle this. I hope you can handle this. This one, let's go. Yes. And that's in the field, I don't know how to roll. I don't know how to read that, I don't know how to roll. God. God does not exist. Meu Deus. Exist. 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 Let's go. Nice for you. Das war's für heute. Jesus 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 Mother Broken out of a window in hell Chairs made of human skeleton In hell Chairs made of human skeleton Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Und somit klingen wir uns so langsam aber sicher live aus der Live-Übertragung raus. Der Syndicate aus der Westfalenhalle in Dortmund. Die Jungs mit ihren Masken gerade auf der Bühne gewesen. Live performte, halbe Stunde lang angereifest. Haben richtig abgeräumt hier, kann ich euch sagen. Hier geht es noch weiter. Bis 7 Uhr wird hier noch gefeiert. In dem großen Floor, dem Masters of Hardcore Floor. Impression des heutigen Abends natürlich unter 3xw.sunshine-live.de Und unter syndicatefestival.de Da findet ihr natürlich auch das eine oder andere Videoclipschen Und auch von den anderen Floors, die wir jetzt heute Abend hier mal ausgelassen haben in der Live-Übertragung. Und wir haben uns konzentriert hier eben auf den Masters of Hardcore Floor. Im Studio war für euch der gute Mark Furster. Hier in der Technik der Tobi. Ich bin Falk und raus. Wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen geilen Sonntag. Nächstes Jahr seid ihr alle live hier. Und dann feiern wir mit mehr als 20.000 Leuten. Also 20.000 finde ich schon richtig geil, aber krieg mal hin, oder? Nächstes Jahr noch mehr. Ciao, tschüss. Und schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.